Sehr geehrter Herr Lüthi, sehr verehrte Damen und Herren, die bisher umfassendste Präsentation des künstlerischen Werks von Urs Lüthi beinhaltet zwei Werkgruppen, die bisher nur wenigen bekannt sein dürfen. Zum einen die jüngst entstandenen Wachskulturen, die durch ihre poetische Fragilität überraschen, zum anderen das Frühwerk Lüthi's Malerei vor 1970. Es wäre also ein leichtes gewesen, die Ausstellung von diesen beiden Polen aus als Parcours anzugehen, starten bei der stark grafisch geprägten Kunst der 1960er Jahre und schließen bei den jüngsten Ex-Voto-Skulpturen. Doch eine solche Aneinanderreihung von Schaffensphasen hätte vielleicht nur erneut jene Irritationen emoziert, die sie in ihrer Zeit ausgelöst hatten. Etwa wie in den 1980er Jahren, als Lüthi scheinbar unvermittelt die fotografischen Selbstporträts, die ihn berühmt gemacht hatten, hinter sich liess und zu malen begann. Und auch Sie werden sich eventuell noch heute in der Ausstellung fragen, stand das alles von gleichen Künstlern? Urs Lüthi hat den Schwierigkeitsgrad der Rezeption seines Werkes immer wieder erhöht, indem er die Erwartungshaltung missachtend in regelmäßigen Abständen Neues probierte und damit gleichzeitig sowohl die Enttäuschung des Publikums provozierte, als auch seine Position im Kunstmarkt aufs Spiel setzte. Urs Lüthis Werk ist, je nach Phase der künstlerischen Werkentwicklung, in Bezug auf die Medien überraschend und vielfältig. Doch was sein Werk zusammenhält, ist etwas anderes. Inzwischen liegen die zentralen Themen seiner Kunst auf dem Tisch. Es zeigt sich in Lüthis Werk die immer wiederkehrende Sehnsucht nach der Synthese des Trivialen mit dem Erhabenen und Schönen, die ambivalentsten Dinge zwischen den grossen Gefühlen und dem unvermeidlichen Scheitern in einem Spektrum von, Zitat, morbider Lastzivität bis zur morimunden Drollerie, wie es kürzlich Heinrich Jogsdorf so präzis charakterisiert hat. Es ist eigentlich alles ganz einfach. Das Kohärente seines Wöfers ist der Künstler selbst. Lüthis Kunst ist die Fortschreibung eines künstlichen Lebens. Stets ist seine Person und seine Biografie der Ausgangspunkt für ein Werk. Und seine Bildaussagen, so hochtragend oder ironisch, so sentimental oder intellektuell sich auch daherkommen mögen, verbindet er dabei immer mit einer Begeisterung für das künstlerische Handwerk. Lüthi ist ebenso ein begnadeter Zeichner, Drucker, Maler und Bildhauer wie Erzähler und Inszenator von grossen Geschichten und kleinen Gefühlen. Diese Dialektik von Form und Inhalt, die den Betrachter und die Betrachterin zu einer ästhetischen wie intellektuellen Erfahrung führt, prägt sein ganzes Öl. Und wenn er sich in seinen Werken in Szene setzt, dann tut er dies nicht für sich selbst, sondern für uns. Immer schaut er uns an, bietet sich als Spiegelbild an, weint für uns, leidet für uns, bringt unsere Welt in Ordnung. Das Ausstellungskonzept wurde in enger Zusammenarbeit und dem Künstler entwickelt. Dieser Umstand soll zum Ausdruck bringen, wer die fundamentale Bedeutung die Ausstellungsgestaltung als Teil seines Schaffens einnimmt. Bereits 1966 arbeitete Lüthi installativ, inszenierte seine Kunst im Sinne einer dialektischen Erfahrungsgestaltung. Die Luzerner Ausstellung folgt nun eben keiner Chronologie, sondern macht die großen thematischen Linien innerhalb des Gesamtwerks deutlich, in dem Räume mit Exponaten aus verschiedenen Werkphasen eingerichtet wurden. Rückblicke und zusammenfassende Übersichten seines Schaffens haben für Urs Lüthi stets eine große Bedeutung gehabt, und zwar nicht nur in der Form von Ausstellungen, sondern auch als eigenständige Werke. Erste berühmte Arbeit dieser Art ist The Complete Life and Work, Seen Through the Pink Glasses of Desire von 1993, das hier in der Ausstellung auch gezeigt wird. Eine Zusammenstellung von 180 Bildern als Leben und Werk des Künstlers, alle in das bereits in der frühen Malerei zu Ehren gekommene Rosarot eingefärbt. Durch die formale Vereinheitlichung in Grösse und Farbe sind wir das ganze Leben und das Werk des Künstlers an drei Wänden gleichzeitig und gleichwertig. So wie hier hat Urs Lüthi auch bei anderer Gelegenheit sein bisheriges Schaffen als Fundus aufgefasst, einzelne Themen und Aspekte wieder aufgegriffen, neu kombiniert und zu neuen Bildfindungen erweitert. Und so ist denn auch diese Ausstellung als ein neues, aus dem vollen Fundus geschöpftes Werk zu verstehen, eine Vergegenwärtigung von allem, was Lüthi's Schaffen ausmacht. Es freut uns sehr, dass wir aus diesem in fast 50 Jahren entstandenen Fundus, der natürlich längst in alle Richtungen verstreut ist, aus dem vollen Schöpfen konnten. Zu den wichtigen Leihgebern zählen neben mehreren Schweizer Museen das Lehmbachhaus in München, das Kunstmuseum Stuttgart sowie das Centre Bon Bidou in Paris. Aber auch viele Private haben sich von ihren Werken getrennt. Und so sind sie denn alle hier, die Ikonen aus dem Kanon der Kunstgeschichte, das Number Girl, die Selbstporträt mit fliegendem Teppich oder jenes mit dem neckischen Fall aus dem Kunstmuseum Luzern. Mit Luzern ist er heute in München lebende Künstler stark verbunden. Hier verbrachte er seine ersten Lebensjahre und hatte bedeutende Auftritte in berühmten Ausstellungen. Seine Ausstellungen führten ihn in die wichtigsten Institutionen der Schweiz und Europas. Ein Höhepunkt war sein Beitrag im Schweizer Pagion an dem Biennale Venedig 2001. Unsere Retrospektive ist gleichzeitig seine erste Einzelanstellung im Kunstmuseum Luzern. Art is the Better Life ist deren Titel. Doch was ist damit eigentlich gemeint? Bereits als 10-11-jähriger Knabe beschäftigte sich der 1947 im Krieg geborene Urs Hüthi intensiv mit der Kunst. Er hat die Biografien der großen Meister verschlungen und ihre Lebensdaten auswärtig gelernt. Er hat den Luzerner Kunsthändler Siegfried Rosengard aufgesucht, der ihm geduldig Gemälde und Grafiken von Picasso zeigte. Und gemeinsam mit einem Schulkollegen, alleine traute er sich nicht, hat er regionale Maler in ihren Atelies besucht, um zu sehen, was diese malten. So war er etwa bei Leopold Hefliger oder bei Hugo Bachmann, der ihn damals sogar porträtiert hat. Die Welt der Kunst nahm offenbar mit aller Kraft diesen Jüngling in Beschlag und Lüthi führte in einem Gespräch aus, dass ihm in dieser Zeit klar geworden sei, dass er Künstler werden wollte. Aus heutiger Sicht kam er damals zur Einsicht, dass das Leben eigentlich relativ langweilig ist und dass die Kunst ein besseres Leben bietet. Art is the better life, ist sein Lebensmutter geworden und das Leitmotiv seines Schaffens. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Urs Lüthi für die äußerst angenehme und spannende Zusammenarbeit. Das Einrichten war eine Freude. Sie sind nicht nur ein großer Künstler, sondern auch ein großartiger Mensch. Ich freue mich nun mit Ihnen allen auf die Eröffnung dieser Ausstellung anzustoßen und bitte Sie um einen herzlichen Applaus für Urs Lüthi. Vielen Dank. Applaus Gut, Sie sind nun eigentlich geladen zum Aferomi angekündigt und zum Besuch der Ausstellung. Die Ausstellung ist sicher noch eine Stunde jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.